Mitten im Abstiegskampf sagte der Trainer zu mir, «Rudi, heute musst du Blut spritzen! Grätsch mit Achillesehnen! Und dass es klar ist, du, du gehst mir nicht über die Mittellinie! Das kannst du nicht! Das bringt uns nichts!» Das war die Geburtsstunde des Trainers in mir. Ich habe mir damals geschworen, mal anders mit den Menschen umzugehen. Stehe dir wahr, wie die meisten Trainer auch heute, voll im Überlebenskampf. Siegen oder fliegen, immer unter Hochdruck. Die grosse Frage ist, wie komme ich als Trainer raus aus diesem brutalen Stress? Und das in einem Business, wo nur der Sieg zählt und alles andere scheitern ist. Unmöglich? In meiner Erfolgsforschung «Why we win?» habe ich den Weltbesten über die Schulter geschaut. Und dabei war mir sofort klar, grossartige Trainerpersönlichkeiten sind ganz einfach und extrem schlau. Sie kümmern sich um die ihnen anvertrauten Menschen. Sie machen sie stark und sind für sie da. Aus dieser Erkenntnis meiner Erfolgsforschung «Why we win?» habe ich ein revolutionäres Programm entwickelt, das dem Trainer ermöglicht, sofort Resultate zu erzielen und gleichzeitig eine Leistungskultur mit Siegermentalität zu kreieren. Wenn du wissen möchtest, wie mit diesem weltweit einzigartigen Programm viele den Durchbruch an die Weltspitze geschafft haben, dann schaut ihr das Videotraining «Why we win?» an.